Und gehe zum Titelbildschirm. Mach wieder Freispiel. Ja. Mehr Hilfe. Wieder. Diesmal mache ich mal den hier. Als Ja, was kann man hier nehmen? Der hier mit dem Pferden, der gerne eine Schlange in sich haben möchte. Ähm. So. Ja. One. Dann mache ich mal den Zug. Äh. Fortgeschritten. Normal. Und dann gucke ich mal nach, was mich erwartet. Hm. Wenn mir etwas auffallen sollte, lasse ich es dich wissen. Bin erstaunt, dass der Ladebildschirm diesmal zu kurz war. Okay. 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 Ein Nebenvorkommen ist schon mal vorhanden. 75.000. Okay. Jede Siedlung braucht einen Marktplatz. Die Menschen benötigen einen Ort, um ihre Vorräte aufzustocken. Sorge dafür. Okay. Gut, dann wollen wir erstmal dafür sorgen, dass erstmal der Marktplatz da entsteht. So, die schiebe ich hier gleich vorne ran. Dann die Bauernhäuser. So, so viel wie es nur geht. Ich weiß, dazu komme ich noch. Aber erstmal muss ich die ganzen Bauernhäuser mal machen. Okay. Okay. Einmal hier mit einem schönen, wunderbaren Weg. Ähm, die brauchen natürlich noch eine Sägehütte. Die mache ich mal hier hin. Und die brauchen natürlich noch, ähm, ja hier ist so ein Holzteil. Okay. Aber wahrscheinlich habe ich gerade sowas ganz so Holz verbraucht, was ich habe. Warte mal, vielleicht kann ich das ja mal ein bisschen rückgängig machen. So, dann müsste ich jetzt wieder Holz haben. Nö. Bretter müssen im Konto und im Lagerhaus aufbewahrt werden. Dann sorgen sie dafür, dass das Sägewerk über einen Weg mit, äh, der beiden Reichweiten, äh, verbrüben, babababa. Okay. Die Waren stapeln sich hier. Ja, jetzt habe ich ein bisschen, jetzt habe ich noch am Anfang an gleich Mist gebaut. Boah, ey, ich muss echt dazu lernen. Ähm, zum Titebildschirm. Nochmal Freispiel. Mehr Hilfe. Ja. So, jetzt spiele ich mal die Oligarda. Die steht auf gelb und mag ich gerne rund. Nehme ich alle mit. Arno Domino. Ja, bleibe ich beim Namen. Dann gehe ich wieder zum Schiff. Normal wieder. Jetzt sollte der Ladewürzchen wieder schnell gehen. Also ich habe jetzt so viele Versuche. Aber vielleicht ist das erste Mal, dass ich so ein Spiel spiele. Das ist für mich totales Neuland. Aber da könnt ihr mal sehen, wie doof man sich anstellen kann. Ich bin ein guter Beobachter, mein Freund. Wenn mir etwas auffallen sollte, lasse ich es dich wissen. So. Fange ich gleich mal klein an hier. So. Nebenvorkommen ist schon mal da. Die Menschen benötigen einen Ort, um ihre Vorräte aufzustocken. Sorge dafür. Okay, ich habe einen Bauernmarktplatz. Jetzt baue ich Bauernhäuser. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay. Allerdings muss ich jetzt mal eine Stelle finden, wo ich dann auch noch Holzperleute machen kann. Cool. Schaut mal hier hinten. So. 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 Dann kann ich eigentlich quasi komplett hier hinten durch. So. Bauernhöfe. Bauernhaus. Ich brauche noch ein paar Bauernhäuser mehr. Du gibst mir das Vertrauen zurück. Dankeschön. Dann versuche ich mich mal in die Norm zu halten, die Oletriller braucht. Okay. Die meinte irgendwas mit Pflegewerk. Deine Siedlung ist noch sehr bescheiden. Du solltest mehr Bauern ansiedeln, wenn du vorankommen willst. Okay. Mach ich noch. Aber erstmal mache ich die beiden Verbindungen hier. Okay. Dann ist das erstmal gesichert. Bei Bauern kann ich auch noch hier bauen. Dann wird die auch keinen langen Weg haben hier. So. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Irgendwas fehlt immer. Ich weiß. Schönen Tag auch. Die müssen erstmal aus dem Knick kommen hier. Und das Sägewerk, damit das Sägewerk funktioniert, muss erstmal irgendwas kommen, wa? Okay. 39 plus. Okay. Dann muss ich mal hier vorne weitermachen. Bauern. 4. 6.